Heute möchte ich gleich mal anfangen mit einem Minecraft Let's Play, deswegen entsteh ich mal jetzt in eine komplett neue Welt, nenn ich Minecraft Let's Play, Spielmodus überleben, weiter wird Optionen an, Startart schieb raus und rot aus und jetzt sieht das Player. Das kann ich jetzt so weiter einfach ganz normal machen und ich werde dann ein paar durchschnittlich 15 Minuten aufmachen und ich werde erstmal hier in einer Ebene gespawnt, wo es zu einem Sumpf geht und ein Lavasie an der Oberfläche, das ist auch schon mal was süßes, ein Lavasie an der Oberfläche, ein Lavasie an der Oberfläche und das erste, was mir zu gehen macht, ist Holz. Na, spackt ein bisschen rum, ich wollte packt ein wenig herum, das dauert vielleicht, muss ich mal weggehen, das hat sogar den Abbau. So, jetzt soll ich mal ein paar Holzblöcke sehen, dass das auf Inventur passiert. Und etwas Kitz, wo können Sie mal verteidigen, in der Nähe des Lavasiees machen. So kann ich nicht anfangen, aber direkt an der Lavasie nicht, weil da würde niemand Holz draus abbrennen. Jetzt mal eine Spitzhacke aus Holz bauen. Wir haben nicht nur eine Spitzhacke. Und dann, wir sind auch eine Achse. Und dann, wir sind auch eine Achse. Und die Achse, das Holzblöcke soll. Aber auch die Holzblöcke, die man da macht. 染blöcke. E Ocean looks like Jacke. Einander habe ich denあwickler. Weil ich auch in den ersten Tagen gelassen habe. Ein Baum noch. Wie blöd, dass ich das verzögert habe. Recht machen sollte. Was ist hier unten rein? Und das Wasser hinein. Schafe sind hier auch schon mal gut. Heizte Wolle. Ich habe jetzt hier 16 Eichenholzer, damit man 1,5-6. Ich habe hier einfach zur Seite. Ich habe hier eine Pläne mit Lava. Hier ist auch ein Wasser. Hier ist auch ein Lava. Hier ist auch ein Loch. schon gebraucht dann muss ich mal diesen Set noch verbauen Uh, wir bauen die jetzt nicht mehr an zu brennen Risiko reicher hier in der Nähe zu bauen von der Lava Aber ich brauche mal das um es jetzt da zu bauen Ich lasse das Haus am Anfang zwei Blöcke hoch Ich brauche noch ein bisschen mehr Holz Ich werde mit den Wett und zwei Zühlen gecheckt werden Nein, jetzt geht das natürlich sofort weg Mir wird sich dann wieder mit Holz normalisiert Oh, ein Rohrbaum Und jetzt mal noch ein bisschen mehr Holz Und jetzt mal noch mal ein bisschen mehr Holz Und jetzt mal noch mal ein bisschen mehr Holz Ich werde mich grad rein So, der erste Tag, wo ist die Sonne denn? Und jetzt direkt über mich So, jetzt brennt hier alles ab Es liegt noch eine Wolle rum Und ein brauner Pilz Was brennt hier alles ab? Jetzt brennt hier alles ab Hier jetzt Offenbar ist mein Haus Und angegriffen wird Und jetzt mal Nein, zwei Schwerter Sondern ein Schwerch machen Dann Ich werde noch ein Schaf töten können Und dann habe ich drei Dann habe ich drei Wolle Dann habe ich noch drei Wolle Dann habe ich hier noch Schaf in der Nähe Ja, die habe ich noch Schaf in der Nähe Dann habe ich noch Schaf in der Nähe Dann habe ich auch noch ein Schaf Aber ich brauche nur drei Wolle Eisen habe ich ja noch nicht Aber ich muss in mein Bett Dann werde ich mein Bett verziehen Und eine Tür muss ja auch noch rein Dann gehe ich rein gemaakt Dann soll ich den Boden aufreisen Reißen wir den Boden auf Das Bett wird schweben bleiben Oder Central Das schwebt. Im nächsten Sinne werden wir uns dann noch eine Mine ansparen, das ich da sozusagen nach Rohstoffen wie Eisen, Gold usw. also zu haben und haben. Das Holz wird jetzt mit den Reichen. Dann ist das hier nochmal weg hier. Weiß ich auch nochmal raus. Die große Sonne, die ist da. Also habe ich noch ein bisschen Zeit. Wollen wir noch ein bisschen Holzack kaputt gehen. Oh, ein Upgrade. Ich habe die zwei. Zwei Upgrade, das ist auch nicht gut. Ich muss die lausende Tausende sonst noch ein bisschen ausbauen. Oh, das schaut später nochmal aus. Das wird erstmal Notunterkunft, sag ich mal, für den ersten Tag. Da kann man auch leicht überfallen. Deswegen will ich hier Erde hinhauen. Das ist viel. So ist das jetzt mal zugemacht. Ein kleiner bisschen Holz. Ich werde jetzt nicht alles umwandeln, sondern nur ein Teil davon. Also. Also ich glaube, das ist auch wie sonst hier. Ich muss jetzt hier um eins nach unten setzen. Wir nehmen den Boden. Hier machen wir später. Und wir werden erstmal warten, bis ich ein bisschen schlafen kann. Dann werden wir uns den ersten Tag verenden. Ich baue hier meine Mine rein. Ich brauche ja auch ein bisschen Steine noch. Ich brauche ja auch an diesen Steinen in den Ofen. Und die Fackeln. Wenn man sich in der Kohle findet. Die sind sehr duster. Ich brauche acht Steine dafür. Habe ich jetzt mal mehr als acht. Zehn Stück habe ich irgendwie. Jetzt kann ich nämlich auch Fackeln erstellen. den Ofen hinsetzen. Und dann. Das ist ein Brennmaterial. Jetzt kann ich mal zwei Stücke verbrennen. Drei. Das ist ein Holzding. Eigentlich in einem Holzbrett reicht für drei. Also zwei reichen für drei Vorgänge. Eineinhalb Vorgänge. Das muss man auch schon so wegnehmen. Das ist so. Jetzt habe ich Holzkohle. Das ist. Das sieht aus jetzt. Jetzt habe ich Holzkohle und. So kann ich ein paar Fackeln hinsetzen. Und. Mit Beginn des Schlafens würde ich. Part 1 beenden. Das ist ein Holzbrett. Das ist ein Holzbrett.